Der Trauring ist mit Abstand der wichtigste Ring, den ihr euch im Leben zulegen werdet. Genau aus diesem Grund tun sich auch die meisten Menschen damit schwer, die perfekten Trauringe wirklich auszuwählen. Sehr viele Pärchen klappern zig Läden ab, sind dabei gestresst, finden nicht das Richtige, sind dann unentschlossen und einfach unsicher. Und genau aus diesem Grund komme ich zu euch nach Hause. Ich bringe euch eine sehr große und umfangreiche Auswahl von Trauringen-Mustern mit, aus der ihr wählen könnt. Euer Riesenvorteil ist, dass ihr das zum Beispiel in den eigenen vier Wänden im Wohnzimmer machen könnt, wo ihr eh entspannt seid. Und wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, dass ich zu dir nach Hause komme und Ringe vorstelle, dann schreib es einfach in die Kommentare.